Freaks, die Spindelmotoren sind zurück. Da, die Spindelmotoren am Start hier. Mein Händler hat es geschafft, die Motoren auseinanderzuziehen, die Radnamen abzuziehen. Das ist ein Kegelsitz gewesen und gerade ein Kegelsitz, sagt auch mein Händler, ist extrem schwer runterzukriegen. Aber die haben es geschafft. Hammercool. Ja, es geht voran mit dem Toro. Ja, was machen wir heute? Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ja, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Guckt euch mal die verwarzten Bremsen an. Völlig verwarzt, die Bremse. Völlig festgerostet. Unfassbar. Hin. Gleich wegschmeißen. Gleich in Müll. So. Ich habe jetzt unten die Schläuche von meinem Hydrauliköltank gelöst und jetzt kann ich endlich den Hydrauliköltank abnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das da drunter aussieht. Vorsicht. Jetzt muss ich hier diese Schläuche rausfädeln. Das war einfach. Cool. Ah. Jetzt komme ich hier auch an die Ventile ran. Ei, 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 ei. Heiß. Ja, im Grunde genommen müsste ich den ganzen Motor noch mal reinigen. Da ist ein Dreck. Hier. Das glaube ich doch nicht mehr. Oh, hier ein Dreck drin, was gar nicht wieder mit hin soll. Das ist ja unglaublich, ey. Hier kann ich keine Motorwäsche in der Garage durchführen. Ich glaube, ich mache jetzt den Dieselöltank auch noch ab. Dann habe ich das hier mal völlig frei. Dann kann ich mal versuchen, das hier so sauber wie möglich zu kriegen. Hier sieht man jetzt sehr schön den Zylinderkopfdeckel. Do not overfill. Ja, cool. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt den Deckel hier ab. Das hoffe ich sehr. Und dann kann ich die Ventile noch einstellen. Oh, ist hier ein Dreck. Das ist ja pervers. Oh, nee. Ich schnimm das alles runter. Das nützt ja nichts. Wir machen jetzt hier Rambazamba. Heute ist ein unglaublicher Frühlingstag, Leute. Draußen kommt der Frühling. Muss Gas geben. Hier noch ein bisschen. Ne. Nicht gut aus. Ne, versuche ich die andere. Das lässt sich jetzt am leichtesten hier abziehen. Ja. Gut. Okay. Schrauben lösen. Oh, ist das ein Dreck hier. Hinten bei den Schrauben lösen. Die sind alle nicht richtig angezogen. Eins. Ja. Muss ich mal gucken jetzt, ob ich den einfach so rausnehmen kann, den Behälter. Strip-Dies beim Toro. Strip-Dies mit dem Toro. Oh, der ist voll. Da bewegt sich noch gar nichts. Da bewegt sich noch gar nichts. Da ist irgendwo noch eine Schraube. Ja. Ja. Shit. Warum ist der so voll? Der Idiot hat den denn so voll gemacht. Ja, jetzt habe ich hier so eine kleine Lösung. Das ist doch auch nicht schlecht. Das ist doch ein bisschen verbaut jetzt, der Toro. Warum muss denn da eine Schraube hin? So ein Schwachsinn. Das wurde noch niemals auseinandergenommen. Glaubt es mir. Oder vielleicht. Ich weiß es nicht. Da ist sie. Yeah. Jetzt habe ich das Blech abgeschraubt. Scheiße. Jetzt habe ich nur das Blech abgeschraubt. Oh Mann. Da ist noch eine. Aha. Da ist noch ein Unterlegsschein. Huch. Es raucht. Oh, oh, oh. Scheiße. Ich verstehe es nicht. Huch. Da bleibt man gelenkig. So. Guck doch mal in die Bedienungsanleitung. Ich werde jetzt doch erst den Kraftstoff ablassen. So ein Tuch an. Und die rausziehen hier. Aufmachen. So. Jetzt wieder aufmachen. Jetzt lassen wir den Diesel ab. Da läuft er. Ja. Oh Mann. Scheiße. So Freaks. Ich habe sie gefunden. Hier unter. Da unter ist noch eine Schraube. Da ist das. Das ist jetzt echt verbaut. Mann, oh Mann. Drei Schrauben. Wie kriege ich die denn von hier? Ich habe die dritte Schraube. Ach, da ist die. Ah, ich habe sie. Ich habe sie, die dritte Schraube. Das geht alles von selbst. Mann, ey. Ich habe es geschafft. Aber das war ein Drama, ey. Ich sage euch nicht, was hier alles ausgelaufen ist. Der Horror. Oh, diese Platte hier. Die scheint nur so drauf zu liegen. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Ach nee. Die hat da, ach, die hat unten diese eine Befestigung. Okay. Jetzt nehmen wir noch diese Platte hier ab. Und dann gucken wir, was da drunter ist. Ich bin ja so froh, dass ich meine Hände jetzt immer mit Hautschutzcreme eincreme vorher. Also das wäre jetzt echt eine Katastrophe geworden. Immer schön schützen. Das kann ich nur empfehlen. Ja, schon faszinierend. Also ich finde das, ich finde das total faszinierend, in so einer Maschine herumzuschrauben, das Ding wieder in Schuss zu bringen. Ich habe als Jugendlicher immer an meinen Motorrädern herumgeschraubt und dann habe ich so Go-Kart selber gebaut. Ja, ich fühle mich ja so wirklich wieder richtig jung. Da ist die Platte ab. Zack. Oh nee. Guckt euch das mal an, ey. Was da für eine Peke unter ist. Das ist ja unfassbar. Wie kommt dieser Dreck hier hin? Das hat sich Zentimeter dick. Das ist der hochgeworfene Sand vom Mähen, vom Erifizieren. Hier diese Gummidichtung, die ist auch völlig weg. Die kann ich natürlich auch neu kaufen. Wir machen noch mal einen Shot hier. Richtig dicht dran. Genau. Oh, eine Peke da überall. Eine Peke. Eine Stunde später geputzt. Ist das der Hammer? Ha! Er hat einige Roststellen, da muss ich jetzt nacharbeiten und nachlackieren. Aber der gröbste Dreck ist jetzt weg. Und die Maschine sieht schon richtig geil aus. Ja Freaks, wir holen jetzt gleich die frisch lackierten Teile vom Tocho ab. Die sind nach drei Wochen jetzt endlich vom Sandstrahlen und Lackieren zurück. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Teile aussehen. Ja, also macht aber mega Spaß. Genau, bleibt dran. Das weiß ich.